Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode textlastig, dem Podcast, in dem wir Textadventure spielen und wir, das sind der Falk. Guten Abend. Und der Simon. Guten Abend. Das bin ich. Mist, fast wäre ich durchgekommen, dich und mich zu spielen. Und wir sind hier mit der zweiten Folge der unsägliche, vermeidbare Tod des Matthias Claudius. Ist der unsäglich? Echt? Steht vom vermeidbare Tod des doch unsägliche, genau. Und nur zur Information, wir haben, diese Folge machen wir jetzt noch ein zweites Mal. Wir haben nämlich eine neue Version bekommen von dem Autor, nachdem wir in der ersten Aufnahme nicht ganz so auf die Lösung gekommen sind, die uns abverlangt wurde. Denn, und das ist eine Primäre, glaube ich, dieses Adventure ist das Erste, was wir jemals spielen, und das will was heißen, wo benutze als Verb akzeptiert wird. Ja gut, könnte das wirklich das Erste sein, das stimmt. Ist ja eigentlich verpönt, ne? Wir wurden ja mal ausgelacht, wenn wir das benutzen wollten. Haha, was seid ihr für Noobs? Ja, weil alle Adventures immer sagen, nee, 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 mach mal präziser. Dabei ist das ein total realistisches Ding. Wenn ich früh aufstehe, benutze ich eine Tasse. Sonst würde ja der Kaffee daneben fallen. Ist ja ganz klar, ne? Aber dafür ist das Spiel auf anderer Seite präzise, weil man kann hier nicht sagen, nimm alles. Der will schon ganz genau wissen, was man nehmen soll als Befehl. Also für die, die es nicht wissen, Texte, welche, da gibt man Befehle ein und dann kriegt man Text zurück mit der Information, was passiert ist mit seinem Befehl. Ja, und normalerweise funktioniert der Befehl nimm alles, hier aber nicht. So. Und weil wir nochmal neu angefangen haben, ist wichtig, es könnte sein, dass wir ein oder zwei Objekte noch nicht eingesammelt haben oder gerade nicht bei uns haben, die wir dann irgendwie nochmal vergessen haben. Aber der Autor, der Matthias, der Nette, hat uns gesagt, dass dieses Spiel verschiedene Lösungswege offeriert und ja, da ist es dann nicht schlimm, wenn man mal ein Objekt vergessen hat, weil dann findet man irgendwo anders ein Gegenstand, der dann eine andere Lösung. An der Stelle muss ich kurz unterbrechen, weil sich mal wieder der Fehlertäufe eingeschlichen hat. Der Autor heißt natürlich nicht wie der Protagonist im Spiel Matthias, sondern Christian. So, das wäre jetzt also korrigiert, zurück zum Spiel. Ja, da ist es dann nicht schlimm, wenn man mal ein Objekt vergessen hat, weil dann findet man irgendwo anders ein Gegenstand, der dann eine andere Lösung. Achso, weil wir die zweite aufnehmen nochmal, meinst du, das eventuell haben wir in der ersten Folge? Was eingesammelt, was wir jetzt nicht haben. Okay, alles klar, jetzt verstehe ich es selber. Wir können ja nochmal ganz kurz in unsere Techline gucken. Da ist nämlich ein schönes Haargel drin. Ein Rasierer. Eine Schachtel Zigaretten mit rotem Feuerzeug drin und Zigaretten. Sieben Stück übrigens. Genau und dann haben wir noch unser Handy und Krümel. Ist auch schön, dass dein Handy dasteht und nicht das eines anderen. Ja, genau. Müsste ja auch stehen, deine Schachtel Zigaretten. Dein Hage. Okay. Und wir sind gerade auf einem Vorplatz. Wir haben ja gerade geduscht und aus irgendeinem unerfindlichen Grund finden wir uns plötzlich auf einem Vorplatz wieder und können noch nicht ganz einordnen, warum. Äh, ne? Magic, oder? Ja, gut, ich weiß nicht, wenn das für dich so normal ist, okay. Aber ich bin jetzt seltener durch Raum und Zeit geschleust worden. Und, ähm, naja, wir können ja mal vorlesen, mit wir meine ich dich, wie es hier auf dem Vorplatz so, äh, vor sich geht. Verstehst du? Vorplatz? Vor sich geht? Mhm. Verstehe schon. Kennst du, kennst du, kennst du? Klar, kenn ich. Also man muss vielleicht anmerken, ich glaub, das haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, dass, äh, aus irgendeinem unerfindlichen Grund ich das Spiel, äh, mit keiner meiner, äh, Softwaren auf meinem Mac abspiele oder abspielen kann. Genau. Und ich deshalb einen Videostream von dir angucke, ne? Und deswegen bin ich Falks Textsklave. Eieieiei, das finde ich gut. So, ich lese mal, ne? Ja, gerne. Also, du stehst, also Vorplatz, ne? Du stehst auf einem Platz aus Kopfsteinpflaster. Es ist schon dunkel und es regnet in Strömen. Du siehst hier einen Teppich, der zum Eingangsbereich der Kneipe führt, in Klammern Norden. Eine Treppe zu einem kleinen Kiosk, einen Durchgang zur Gasse, in Klammern O, also, äh, na, Osten, und einen schmächtigen Dealer. Dealer sind übrigens immer schmächtig, glaub ich. Das liegt in der Sache der Natur, ja. Na, man soll ja sein eigenes Zeug nicht nehmen, aber weißt ja. Ich äußere mich dazu nicht weiter und würde sagen, wir machen es der Reihe rum, oder? Wir gehen erst mal zur Kneipe und gucken mal, ob es da ein Bierchen gibt oder eine Milch mit Honig oder so. Hm, Milch mit Honig. Also, ich gebe jetzt hier mal N ein. So. Du stehst vor einer alten, roten Tür aus Holz, die in eine Kneipe führt. Über der Tür flackern die Neonbuchstaben Romero. Du siehst hier einen dreckigen, schwarzen Teppich, der zum Vorplatz führt. Ähm, eine Kneipentür und einen finster, dreinblickenden Türsteher. Aha. Äh, gut. Das ist geil, dass das alles so teppichiert ist. Oder wie sagt man, wenn überall Teppich liegt? Teppichiert, ne? Also, sag mal ja. Also, bei mir ist es, bei mir hier ist es gerade flisiert. Äh, von daher kann ich mich nicht mitreden. Mhm. Ja. Schwarzer Teppich zum Vorplatz führt. Eine Kneipentür. Gut, dann würde ich sagen. Wieder, wieder der Reihe rum, oder? Also, Vorplatz können wir skippen. Gehen wir direkt nach und mal nach Norden zur Tür. Genau, weil, hey, der Türsteher, der steht nur da, weil die Tür beschützt werden muss. Ach so, stimmt. Nee, nee, okay. Also, ich würde sagen, mach mal jetzt. Nee, nee, doch. Ich würde sagen, wir gehen einfach vorbei. Warum müssen wir denn jetzt uns mit dem Herren auseinandersetzen? Da wird schon was sagen. Ja, scheiß auf den Türsteher. Also, Norden. Nicht so schnell, mein Freund. Ich denke, das mit dir und dem Romero wird heute nichts. Du bist definitiv zu alt für das Publikum, das ich hier in meinem Laden haben will. Als wäre das sein Laden. Muss ich mal lachen, ey. Das liegt an unseren Bärten. Die machen uns älter. Wir sollten uns die abrasieren, dann sehen wir wieder aus für 15 und dann... Ach so, ach so, das royale Wir. Wen von uns zwei sollte ich denn sonst meinen, wenn ich sage Wir? Wessen zweiter Fall? Kleiner Spaß, kleiner Spaß. Okay, ja, was kann man jetzt sagen? Nix oder was? Naja, ich würde sagen, wir machen mal Sprich mit Türsteher. So. Ja, also wir können jetzt sagen, ich bin gerade mal 34. Ich bin gestern 27 geworden oder ich muss los und tschüss. Tja, Falk, was sagen wir denn? Jetzt ist also, ich weiß nicht, ob 27 und 34 ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, oder? Wollen wir den Feist anlügen? Obwohl, wir wissen ja selber nicht mal, wie alt wir sind, oder? Du, ich glaube, es ist beides gelogen. Also jetzt, wenn wir es auf uns realistisch beziehen, oder? Bist du gestern 27 geworden oder gerade 34? Ne, das stimmt, das ist beides gelogen. Ne, mach mal, dann lügen wir in Hardcore ein. Also wenn wir schon uns jünger machen, dann ordentlich. Sag mal, wir sind 27. Wir sind 27. Ja, wir haben viel Whisky getrunken und geraucht, da sieht man älter aus, Haut wird trocken und so. Okay, ja klar, und alle da drin sind über 18, hau ab. Das ist aber auch eine geile Antwort. Ja, ich bin jetzt auch gerade, ist das da drin eine Kinderdisco oder was ist da los? Weil, also, keine Ahnung. Ja, ne, ist halt ein Kässer Spruch, finde ich schon cool. Also, ein Türsteher, weißt du? Na klar, ist trockener Humor. Ist halt so, weil, also Romero, das klingt jetzt nicht wie Teddys kleiner Musikclub, weißt du? Das klingt wie, ja, weiß ich nicht, eine Rockbar oder sowas. Ja, aber wenn, wenn halt eine, wie sagt man, wie sagen, wie sagen die jungen Leute, wenn, wenn so eine Käse-Mietze ankommt, dann darf die auch rein, wenn die 17.5 ist. So ist das gemeint, verstehst du? Ja. Obwohl das natürlich nicht legal ist. Na, bei Teddys kleiner Musikbude schon. Na, aber nicht, na, Moment. Aber da geht es dann noch bis um 8. Ich wollte gerade sagen, nicht ab einer bestimmten Zeit, das stimmt. Ja, aber wie spät ist es denn? Hier ist es 20.57. Ich glaube, die haben noch drei Minuten und dann müssen sie alle raus. So. Also, für unsere Zuhörer, es steht oben in der Titelleiste immer, wo man gerade ist und die aktuelle Uhrzeit. Das war jetzt keine, äh, keine, keine Uhrzeit, an der wir hier spielen. Sowas machen wir nicht. Wir sind immer schon im Bett nach, nach, nach dem Sandmann. Ja, genau. Man guckt 20 Uhr die Nachrichten und dann nochmal eine warme Milch und dann ab ins Bett. Äh, hier, ich weiß gar, ich habe noch gar nicht drauf geachtet, ähm, ob die Zeit mit jedem, was wir tippen, später wird. Das kann sein, ja. Wollen wir jetzt nochmal versuchen und sagen, wir sind gerade mal 34? Ich meine, wenn. Nee, das ist lächerlich. Ja, das ist lächerlich. Da machen wir uns zum Bier. Also, wir sagen Tschüss und, äh, ciao, ciao. Und er sagt, viel Spaß noch. Gut. Jetzt. Das ist natürlich ein Fail, ne? Untersuche ich aber mal den Teppich, ne? Aha. Den schwarzen? Der schwarze Teppich führt zum Vorplatz, das ist das Einzige, was gesagt wird. Und wir können uns auch mal die Tür angucken, die, ähm, leicht verkratzt und massiv daherkommt und so rot wie vorher auch beschrieben. Gut, also, nichts Neues. Hm. Wollen wir nochmal mit dem Quatschen? Einfach, weil manchmal muss man ja ein bisschen penetrant sein und dann merken die Leute, ah, also, weißt du, ich hab gehört zum Beispiel, das ist im Berghain hier in Berlin, das ist so eine ganz berühmte, äh, äh, Disco-Butze. Das ist so eine sehr gute Idee, dass man da ganz, ganz gerne gesehen ist, wenn man weiß, wer spielt, weißt du? Weißt du, also, die Türsteher wollen manchmal einfach sehen, dass du invested bist, ja, und nicht einfach nur so random. Oder was? Hm? Mit Lego? Genau, genau. Da drin ist so ein riesen Lego-Berg und da muss man einfach wissen, wer da spielt, genau. Ähm. Ja, Falk, genau, so läuft das in einer Disco. Nee, aber, weißt du, die wollen einfach sehen, dass du nicht einfach nur random da vorbeigelaufen bist, wie wir jetzt sind, wir sind ja einfach nur, die wollen halt, ey, du kommst da hin, weil du kennst dich aus, ja, du hast Geschmack, du, du weißt gut, Musik zu schätzen und dann müssen wir einfach vielleicht nochmal sagen, hey, Herr Türsteher, wir, wir gehören hier hin. Vielleicht können wir denen eine Kippe anbieten. Ah, warte mal, also, ich spreche nochmal mit dem, spreche mit dem, einfach nochmal, einfach nochmal probieren. Okay, gut, das bringt nichts, die Redeoptionen sind dieselben wie eben, aber das mit der Kippe, warum nicht, genau, warum nicht, gib Zigarette an Türsteher, man will ja freundlich sein, das ist gut, du hast das gut im Blut, man besticht Leute eher besser, ne? So, pass mal auf hier, du hebst die Zigarette erst auf. Was? Okay, und der steht da. Also, das heißt, wir haben sie erst so vor ihn geworfen, wie wenn man so einem Äppchen, so einem Brotkrum hinwirft oder so? Ne, wir haben sie wahrscheinlich hingehalten und kurz bevor er zugegriffen hat, haben wir sie fallen lassen. Wir sind richtige kleine Ganoven. In Ordnung, nicht besonders stark, nicht besonders leicht, du solltest eigentlich aufhören zu rauchen, aber es fällt dir schwer. Der finster, dreinblickende Türsteher schüttelt den Kopf. Ne, lass mal, kein Interesse. Normale Zigaretten sind nicht so mein Ding, wenn du verstehst. Wink, wink, blinzel, blinzel. Er will eine Zigarre haben, ne? Aber verstehe ich den ersten Satz irgendwie falsch? Wieso, was denn? Du solltest eigentlich aufhören damit zur Rauchung, aber wir wollten die doch gar nicht rauchen, wir wollen die doch geben. Ja, das ist vielleicht so ein Satz, der immer kommt, wenn du das erste Mal mit den Zigaretten interagierst oder so. Das sollten sie einführen, oder? Immer wenn du so eine Zigarette nimmst, dann sollte so, kennst du diese Kloteufel, wenn man die Toilettenbrille hochmacht, dass dann so eine kleine Stimme kommt? Was? Das ist so ein Plastikding, das klebst du da irgendwie an die Toilette und wenn du den, ach genau, wenn du die Klobrille hochmachst, also nicht den Deckel, sondern die Klobrille, dann sagt das sowas wie, hey, hey, setz dich hin, ist so ein elektronischer Kram, den keiner braucht. Und wozu braucht man das? Na, für Leute, die im Stehen pinkeln, also damit die nicht im Stehen pinkeln. So, und das wäre ja witzig, wenn du immer eine Zigarette aus der Packung nimmst und dann sagt die Zigarettenschachtel zu dir, nee, nee, solltest du eigentlich aufhören, ne? Na, indirekt tut sie das ja, ne? Ich habe ja letztens immer so eine, na ja, na doch, oder? Da gibt es jetzt diese unheimlich schicken Bilder drauf. Ja, okay. Ist ja so indirekt. Ja, aber da spricht die Schachtel mit dir, ich rede nicht von der Zigarette, so. Ach so. Ja, also weiter geht's. Der Türsteher... Will also keine normalen Zigaretten, sondern... Ja, eine bestreckte Zigarette. Vielleicht mit so einem langen Dings dran, wie die vornehmen Herren und Damen früher. Schlag mich tot, aber ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ähm, ja, habe ich doch eben gesagt. Nämlich? Langes Ding. So, wir haben also einen Mensch, der hier Ware haben will, ja? Ja, Ware will er haben, bevor wir uns ins Romero, äh, lassen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal weiter um und, äh, gehen wieder zurück, oder? Weil hier gibt's ja jetzt nichts mehr. Und gehen einfach mal wieder auf den Vorplatz zurück. Ne? Jetzt gehen wir wieder auf dem Vorplatz. Buchstaben angucken bringt wahrscheinlich nix. Wahrscheinlich nicht. Also, hier regnet es wieder in Strömen und wir sehen den Teppich und die Kneipe. Und, äh, einen kleinen Kiosk und einen Durchgang zur Gasse. Okay. Dann können wir mal, äh, bei dem Kiosk einfach gucken, oder? Einfach mal zum Kiosk gucken, vielleicht hat der... Aber der Kiosk hat keine, äh, Richtung, ne? Also, der ist auf dem Vorplatz. Ja, stimmt. Ähm, mal sehen. Ja. Rainer... Ne, warte. Eine schmale, äh, kurze Treppe, die zum kleinen Kiosk führt. Aha, jetzt steht da, wir müssen nach Westen gehen. Aber ich wollte gerade sagen, Kiosk, genau, in Klammern W. Also, das heißt, okay, Kneipe ist Norden. Lass mich bloß mal geistig. Norden ist hat Kneipe. Ne, ach, na, so komplex ist es, glaube ich, nicht. Osten ist die Gasse. Hey, misslar. Von der wir noch nicht wissen, wo sie hinführt. Und Westen, okay, äh, alles klar. Mental gemappt. Gut. Äh, ein charismatischer Kiosk. An den Wänden kleben Plakate zur Veranstaltung. Vermutlich schon seit Jahrzehnten. Auf einem kleinen Pappschild am Fenster steht belegte Brötchen. Aus einem kleinen Fenster schaut der Besitzer und wartet auf Kundschaft. Du siehst hier eine Treppe zum Vorplatz. Einen schmächtigen Dealer. Der ist jetzt hierher gelaufen. Dem Kioskbesitzer. Ist der Erfolg, ist der? Ja, ich glaube, der... Äh, ein Kioskbesitzer, ein Kioskfenster, ein knallgrünes Poster und Blumenkasten. Okay. Boah, so ein belegtes Brötchen hätte ich ja jetzt auch Bock, ne? Ja. Ja, doch schon. So ein geiles Brötchen mit ein bisschen Butter. Warte mal. Ich untersuche die erst mal. Nur um zu gucken, ob man die sehen kann. Belegtes Brötchen. Ach nee, wir sehen ja gar keins. Wir sehen ja nur das Werbeschild. Das ist ja bloß das Pappschild, genau. Ach Mensch. Das ist, äh... Nee, aber vielleicht hat unser alter Ego auch so voll Böcke jetzt auf so ein belegtes Brötchen. Man muss auch sagen, wir hatten ja... Wir waren ja vor eine Weile in Japan. Und da gibt es... Also wir im Sinne von nicht ich, aber du? Das halte ich jetzt mal offen. Vielleicht haben wir auch einen romantischen Japan-Urlaub gemacht, Falk. Und unsere Bärte aneinander gerieben. Und da ist es ja ganz normal, dass vor den Restaurants so Plastikessen garniert ist. Und das Essen sieht richtig gut aus. Ach so, man kann sagen, das sieht übel realistisch aus, ne? Genau. Also da gibt es halt irgendwie Firmen, die da professionell am Tätigsein sind. Und da kriegt man wirklich Lust auf dieses Essen. Macht ja auch Sinn, wenn man ein Restaurant hat. Und das wäre hier jetzt auch super, weil so ein schildbelegtes Brötchen... Obwohl, bei dir hat es ja funktioniert, ne? Du hast ja sofort Lust bekommen. Naja, gut. Mir tropft der Zahn. Also, sprich mit wem? Ähm, Kioskbesitzer. Ich mach mal nur Besitzer. Mal gucken, ob ich faul sein kann. Nee, geht nicht. Also, Kioskbesitzer. Nee, es steht Besitzer so an oder nicht mal Kioskbesitzer. Okay. Der Kioskbesitzer, was ein Wort, beugt sich vor und lächelt routiniert. Was kann ich denn Gutes für dich tun, mein Kleiner? Ach, guck mal. Jetzt sind wir der Kleine, weißt du? Und bei dem Romero-Heini vom Club, da sind wir hier der alte Sack, der nirgendwo reinkommen darf, oder was? Frechheit. Ich glaub, die haben hier alle eine verzerrte Wahrnehmung. Also, für jeden von denen sehen wir anders aus. Äh, okay. Also, ich, ja. Wir können jetzt... Ich wollt grad anmerken, dass wir ja eigentlich tot sind, wahrscheinlich. Oder eben auch grad nicht, weil eigentlich können die uns grad ja wieder sehen, ne? Ist ein bisschen merkwürdig. Wegen der Wahrnehmung, dachte ich und so. Aber, naja. Ja. Vielleicht sind wir auch im Totenreich. Das kann sein. Das fühlt sich grad auch so an. Es regnet hier wie Sau. Deshalb sind da auch überall Teppiche. Ja, ich weiß. Okay. Also, ich hab noch nie auf nem Frohplatz im Regen auf Kopfsteinpflaster Teppich gesehen. Also, aber gut. Vielleicht sagt das auch nur aus. Du bist halt auch nicht so oft zu Galas eingeladen, wo Trophäen verliehen werden und wo du mit Blitzlichtgewitter empfangen wirst. Naja. Das können halt auch nicht alle mitnehmen, ne? So. Also, pass auf. Wir können jetzt hier ganz viele Sachen sagen. Und wir hatten ja in der ersten Episode festgestellt, dass wir vielleicht tot sind, weil das im Radio kam und weil unsere Ex-Freundin oder Freundin Melissa versucht hat, uns anzupfen. Ex-Freundin. Okay. Sagt er sie selber noch. Ach so. Gut. Gut. Ja. Und die können wir, also wir können jetzt nach ihr fragen. Wir können den Kioskbesitzer nach Melissa fragen. Ja, warte mal. Lass mich mal ganz kurz scannen überhaupt, was wir sagen können. Sehr schöne Blumen haben sie. Darf ich welche davon haben? Kennen Sie Melissa? Ganz schön ruhig hier für einen Samstag. Ich hätte gern ein Brötchen. Das wäre meine Prio 1. Aber ich tendiere dir zuzustimmen. Ach nichts. Vielen Dank. Ich muss dos. Auf Wiedersehen. Okay. Was willst du sagen? Entschuldige. Okay. Erstmal Brötchen ist gebongt. Meinst du? Wirklich? Wir können ja nicht mit leerem Magen unserer Freundin entgegen. Ex-Freundin entgegen. So eine leckere Schrippe, ne? Geil. So. Vier. War die Option. Ja. Aber die muss ich von hinten holen. Salami oder Käse. Alles andere ist schon weg. Vor allem, was heißt denn von hinten holen aus dem Westflügel oder was? Ich meine, das ist ein fucking Kiosk. Der muss sich wahrscheinlich nur umdrehen und da sind die Brötchen. Naja, du weißt ja nicht, wie dick der Kerl da drin ist. Dann ist es halt schon ein bisschen mehr. Also weiter. Dann ist ja noch weniger Platz da drin. Ja, aber es wirkt weiter weg. Weil die Arme sind ja so kurz und dann ist der Bauch so weit. Weil umso dicker man wird, umso kürzer werden die Arme. Das ist natürlich biologisch komplett verbucht. Okay, gut. Okay, nehmen wir Salami oder Käse. Käse. Wegen der Umwelt. Äh, ja. Okay. Käse. Gut. Okay. Ich beeile mich. Bis gleich. Vielleicht hätten wir doch nach Melissa zuerst fragen sollen. So, und jetzt können wir ja vielleicht mal gucken, was hier so. Ach so, Moment mal. Jetzt können wir irgendwas klauen, wa? Ja, warte mal. Ich untersuche mal den Kiosk. Also. Äh, okay. Wir haben immer noch das. Ja, eigentlich ist nichts Neues da. Wir haben immer noch ein knallgrünes Poster. Aber da das zweimal erwähnt wird, können wir das ja mal angucken. Hm. Gucken wir mal das Poster an. Äh, 18. Oktar. Podiumsdiskussion im Romero. Unter dem Motto, das Du ist älter als das Ich. Aha. Führt die philosophische Fakultät durch den Abend. Vorverkauf ab sofort. Am unteren Rand des Plakats siehst du das Symbol einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Hm. Eine dumme Schlange. Ähm. Wir können mal hinter das Plakat gucken. Einfach mal. Hinter das Plakat? Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir könnten das Pappschild mit belegten Brötchen mitnehmen. Ist das autogenes Training, oder was? Wenn es kein Brötchen gibt. Aber da ist so ein Blumenkasten. Blumenkasten, ja. Ja, da kann man untersuchen. Vielleicht sind da Blumen drin. Blumenkasten? Ein alter Blumenkasten aus Plastik. Liebevoll sind ein paar Vergissmeinicht eingepflanzt worden. Die Erde ist noch locker. Oh, da hat jemand eine Leiche vergraben. Im Blumenkasten, ja, das ist wirklich gut. Eine kleine Leiche. Eine ganz kleine, wollte ich gerade sagen. Ja. Warum nicht? Okay, pass auf. Untersuche Erde. Nähere. Achso. Die Erde ist noch locker. Die Blumen sind gerade erst eingepflanzt worden. Okay, gut. Vielleicht lässt das auch Rückschlüsse auf unsere Psyche zu. Denn wir haben überhaupt nicht daran gedacht, dass man vielleicht auch nur die Blumen eingepflanzt hat. Nimm einfach mal die Vergissmeinicht. Nimm. Das ist auch ein dummer Name für Blumen, oder? Ziemlich dummer. Nimm. Die Blumen kannst du nicht mitnehmen. Okay. Nimm Erde. Können wir Erde nehmen? Ah ja, guck mal, oder? Du wartest, bis der Mann im Hinterzimmer verschwunden ist. Ui, das klingt aber nicht schlecht. Nimmst dir schnell ein bisschen Erde und stopfst sie dir in die Tasche. Mhm. Ein Brötchen mit Salami. Du entgegnest eigentlich das andere. Der Kioskbesitzer zuckt die Schultern. Kein Problem, ich mach ein neues. Er verschwindet wieder im Hinterzimmer. Ach, der macht die auch neu. Die sind noch nicht mal vorgeschmiert. Das finde ich gut. Und ist das mit Käse macht er jetzt neu, scheinbar. Fremd. Ey, da hab ich voll Bock auf ein Brötchen mit geilen Käse, Alter. Nice. Und weißt du, was das Problem ist? Ich hab keins. Mist, ey. Und dennoch dreht sich die Welt irgendwie weiter. Ja, aber wie? Weißt du, ist ja auch immer eine Frage, wie? Um ihre eigene Achse. Das stimmt. Gut, weiter geht's. Wir haben Blumenerde, das ist doch schön. Und ich untersuche nochmal den Blumenkasten, ob wir doch eine Leiche entdeckt haben. Oh, guck mal. Aber echt? Alter, Typ, das ist ja übel gut. Gut, in den Blumenkasten siehst du ein kleines Stöckchen. Warum haben wir das vorher nicht gesehen? Also man nimmt ja manchmal so Stöckchen. Nee, weil du die Erde davon weggenommen hast. Jetzt sieht man es. Ja, aber weißt du, manchmal tut man doch so Stöckchen auch zum Stabilisieren der Pflanzen rein. Ich benutze immer bei Hunden. Um die Hunde zu stabilisieren? Genau. Und ich nenne die Dinger immer Pflock. Und du schmeißt die Stöckchen, damit die Pflanzen sie zurückholen. Nimm Stöckchen. So etwas kannst du ja nicht sehen. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Kaputter Bumerang? Pfff, Stock. Ich liebe den. Hätte ich jetzt aber auch selber draufgekommen können. Ja, hättest du. So etwas kannst du hier nicht sehen. Wieso? Nimm mal ein kleines Stöckchen. Das ist wahrscheinlich nur so ein etipetete Text-Compiler. Er kann hier nicht das Stöckchen. Hä? Kann er nicht? Und das ist super Stöckchen. Da müssen wir es vielleicht nur angucken. Stock? Okay, nimm Stock. Geht Stock vielleicht? Aha, okay. Ein Stock geht wo oder was? Also, lassen wir mal dem Zuhörer mitkommen. Also, das hat alles nichts gebracht. Nimm Stöckchen, nimm kleines Stöckchen, untersuche Stöckchen. Hat alles nichts gebracht, bis du sagst, untersuche Stock. Ein kleines, ein kleiner Stöckchen, okay, das wohl dazu gedacht ist, die noch jungen Blumen etwas zu stützen. Ha, siehste. Sag ich doch. Und warum haben wir das vorher nicht gesehen? Mann, Mann, Mann. Da hat einer kein... Gar nicht so schlecht. Das ist einfach... Vielleicht scheiße gemacht und es umgekippt. Ja. So. Du wartest, bis der Mann im Hinterzimmer verschwunden ist und nimmst dir schnell einen kleinen Stock. Krass, jetzt heißt es plötzlich Stock. So, da wären wir wieder. Ein Brötchen mit Salami. Na, was ein Trottel. Du stockst kurz und sagst, kaum hörbar. Eigentlich hatte ich das andere bestellt. Tut mir leid. Der Kioskbesitzer zuckt die Schultern. Kein Problem, ich mache ein neues. Er verschwindet wieder im Hinterzimmer. Weißt du was? Wenn wir das noch ein paar Mal machen, können wir hier das gesamte Wirtschaftssystem außer Kontrolle bringen. Also, weißt du, wenn man so eine Wirtschaftssimulation hat, kann man zum Beispiel den Markt überfluten mit Sachen und dann wären Preise günstiger oder man kann alles aufkaufen und dann werden alle Preise teurer. Und hier können wir einfach dem gesamten Markt alle Brötchen entziehen. Der Typ macht hier gleich die ganzen Brötchen der gesamten Stadt. Genau, und er wird niemals keine Brötchen haben. Okay. Du solltest lieber abhauen, bevor er etwas merkt, steht noch da. Oh, wir haben das Stöckchen aus der Erde genommen. Ja, hallo. Weißt du, was das kostet? Na gut. Schau dich um. Dann hauen wir eben ab. Okay, jetzt gibt es hier noch einen Dealer und eine Treppe oder sowas. Gut, dann sprechen wir mal mit dem Dealer, oder? Ne, na, warte mal, warte mal. Nicht, was? Lass mal kurz ins Inventar gucken. Okay, zack. Okay, was haben wir jetzt bekommen? Blumenerde. Und Stock. Kleines Stöckchen. Kleines Stöckchen. Blumenerde. Ja, wir können ja erst mal mit dem Dealer reden. Vielleicht, guck mal, der Herr Romero, der wollte ja eine nicht normale Zigarette. Und ich meine, beim Dealer, also, wenn, wo, nicht, da. Da hat er recht, natürlich. Da hat er absolut recht. Ja, da können wir mal fragen, einfach so. Sprich, mit Dealer. Einfach nochmal so, hey, was ist denn eine, okay, ich hätte jetzt gefragt, was ist denn eine nicht normale Zigarette? Aber hier ist gleich die Redeoption, hast du Drogen? Also direkter geht es ja nicht. Ich schätze, wir sollten direkt und ehrlich sein. Ja, das stimmt. Okay, wir haben gefragt, ob er Drogen hat. Der schmächtige Kerl kommt langsam näher, mustert dich und lacht. Digga, ich und Drogen. Da bist du an der falschen Adresse. Kann dir einen Selfie-Stick anbieten. Wenn sie mag's. Was ein Dialekt. Aber Drogen? Nee, nee. Da bist du hier mal ganz falsch. Okay. Option 1 wäre, wen genau willst du mit der Nummer beeindrucken? Oder 2. Okay, okay, okay. Sorry. Ich wollte dich nicht verurteilen. Oder ein Selfie-Stick. Ja, warum eigentlich nicht? Da nehme ich einen. Das machen wir. Oder ich muss los. Tschüss. Willst du ein Selfie-Stick? Naja, das ist doch, pass auf. Selfie-Stick ist doch das Keyword, nee, das Codeword, verstehst du? Was? Für Drogen. Aha. Verstehst du? Okay. Ja, nee, aber wenn du das sagst. Wir nehmen Selfie-Stick und kriegen konkret Drogen ein. Verstehst du? Aber du weißt schon, dass unser Handy auch alle ist. Also wir können mit dem Selfie-Stick gar nichts machen. Außer unser Handy in Regen vor uns tragen. Aber eigentlich, es weiß ja keiner, dass unser Handy aus ist. Wir können einfach so Selfies machen. Und dann denken alle, wir sind voll die Influencer. Also wenn denn der Selfie-Stick wirklich ein Selfie-Stick wäre, dann hättest du recht. Okay, also bitte, ich habe hier jetzt die Option ausgewählt. Also der Dealer stutzt. Okay, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ja, ja, du hast recht. Normalerweise bekommst du bei mir das beste Zeug der Stadt. Aber heute alles weg, so leid es mir tut. Musst du wohl auf andere warten. Aber ich sage dir gleich, das Zeug ist Mist. Da kann man gleich Backofen-Reste oder Blumenerde grauchen. Alter. Blumenerde. Haben wir beides. Sehr subtil, sehr subtil. Er klopft dir tröstend auf die Schulter und trottet davon. Das ist aber nett. Das ist ja netter. Jetzt steht nochmal da, du solltest lieber abhauen, bevor er etwas merkt. Oh, ey, dieser Kiosk-Besitzer ist ja scharf wie ein kleiner Hund. Ne, wie heißt das? Spülhund. Kaum beklaust du den ein bisschen? Vor allem ein Stock. Weißt du, er hat den Stock doch vorher selbst nicht gesehen. Man musste ja erst in die Erde graben, bis der zum Vorschein kam. Naja, egal. So, das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist eine kleine Treppe. Und, ne? Ne, die führt zu einem Vorplatz. Aber war da nicht? Ich gehe mal kurz zu dem. Ne, vom Vorplatz aus gab es noch eine kleine Gasse. Aha, okay. Ah, eine kleine Gasse, genau. Also wir sind jetzt wieder auf den Vorplatz gegangen, wo es so stark geregnet und Kopfsteinpflaster ist. Und jetzt gehen wir mal in eine kleine Gasse. Das ist der einzige Weg, den wir noch nicht untersucht hatten. Also nach Osten. Und da ist eine düstere Gasse. Nur die Straßenlaternen werfen ein flackerndes Licht auf den nassen Asphalt. Kein Teppich, Freunde? Was ist denn hier los? Du siehst ja einen Durchgang zum Vorplatz. W. Und einen Penner. Was ein unfreundliches Wort. Ja, sag mal. Sprech mit Penner. Kannst du bitte Obdachloser schreiben? Ja, ne, aber das Spiel, das... Das gibt's doch gar nicht. Hallo, mein Freund. Was kann ich für dich tun? Ähm, wie heißt du, können wir fragen. Oder kennst du Melissa? Oder sehr schöne Jacke, oder? Was ist das für ein Hut? Schöner Dorsch auch. Ähm, nicht stimmt gleich. Er sagt gar nicht schöner Dorsch. Er sagt, glaube ich, geiler Dorsch. Egal. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber... Ja, hier diese komische Edeka-Werbung. Was? Na, hier, wo der Typ dieses Lied singt. Ach, der. Ja, ja, hier alles geil oder wie das heißt. Genau, ja, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Sehr geiler Dorsch. Ähm, wo war ich? Ach so, ja. Ne, pass mal. Ne, man muss einfach erst mal fragen, wie der Typ heißt. Das ist doch... Okay, gut, da fragen wir erst mal, wie der heißt. Wer ficken will, muss freundlich sein. Sagt man ja also, ne, im Volksmund. Ich bin Theo. Hast dir ein beschissenes Wetter ausgesucht, um einen auf Menschlichkeit zu machen? Alter, was kommt... Was ist denn mit dem los? Ja, gut, ich meine, guck mal, wenn du da die ganze Zeit im Regen sitzt, dann hätte ich auch keine gute Laune. Ja, er könnte sich einfach woanders hinsetzen. Na genau, deswegen heißt er ja auch obdachlos, weil der hatte bestimmt zehn Häuser und hat sich gedacht, ach komm, weißt du was, heute, heute setze ich mich mal in Regen. Was ist denn mit der Unter der Brücke geworden? Das ging doch früher auch. Also, kennst du Melissa? Können wir fragen. Ja, geh mal von oben runter. Der Typ, wenn einer on the street, ja, Ahnung hat, also wenn er irgendwie, wenn jemand irgendwie viel sieht, viel mitbekommt, dann ist es ja wohl er. Also, Melissa. Melissa? Nee, hab ich noch nie gehört. Äh, ihr hört. Ich lese nur vor, was ich lese, ne? Also, was ich sehe. Ja, aber die ganzen jungen Leute sind doch um die Zeit eh in dieser Kneipe, so. Sind doch in dieser Zeit und eher in dieser Kneipe. Ich glaube, das zweite Mal hat es nicht besser gemacht. Okay, dann gehen wir weiter durch. Wir fragen jetzt noch nach seiner Jacke, die so schön ist. Es ist ziemlich komisch, finde ich irgendwie. Also, überhaupt so jemand sagt, nee, ist der schöne Jacke. Vielleicht ist es einfach eine schöne Jacke, Simon. Na gut, gut. Also? Was soll mit der Jacke sein? Fragt der Penner knapp. Fragt der Penner knapp. Und vergräbt seine Hände demonstrativ in den Seitentaschen. Guck mal, wir können ihm anbieten. Also, um ehrlich zu sein, ich finde die Option ein bisschen doof, dass wir überhaupt anbieten können, dass wir die Jacke haben wollen. Weil, ich meine, es regnet und er lebt draußen. Das ist schon ziemlich gemein. Aber die erste Option ist ja, ich glaube, es ist meiner. Ja, aber das ist doch Quatsch. Ja, wieso? Also, Moment, Simon, ich möchte dich kurz daran erinnern. Wir sind eigentlich tot. Vielleicht hat der Obdachlose die Jacke von unserer Leiche genommen. Ja, aber dann ist doch ein Grund mehr, dass er ihm die jetzt rechtmäßig gehört. Es kann ja nicht sein. Ach so, stimmt, als Leiche verliert man ja Besitztum, ne? Ja, was soll das denn? Du kannst doch nicht einfach irgendwie sterben und dann zurückkommen und sagen, ja, nee, warte mal, Leute. Das gibt jetzt aber alle mal schön wieder zurück, ja. So von, weiß ich nicht, Testament rückgängig machen, da hat ja auch drüber noch keiner nachgedacht. Nee, ich glaube, als Kinder, sagte man ja auch, gestorben ist gestorben, wiederholen ist gestohlen oder so. Hat sich halt damals gereimt, aber. Ich weiß nicht, mit welchen, keine Ahnung, Angestellten aus dem Leichenschaus du so gespielt hast, aber ich nicht. Trotzdem sagen wir jetzt, sie gefällt mir, was willst du denn dafür haben? Oder das ist doch ein guter Deal. Ja, das ist schon cool. Kippe oder so. Pass auf. Wenn ich dir meine Jacke gebe, dann besorgst du mir eine schöne Flasche Rum, damit ich heute Nacht nicht friere. Einverstanden? Ich glaube, er sollte lieber die Jacke behalten. Ja, also lebertechnisch betrachtet ist die Jacke besser. Na, auch so, oder? Der Rum, macht er dich wirklich warm oder gibt er nur das Gefühl? Das ist einfach nur eine Betrachtungsweise, Simon. Dass du warm bist. Geschmacklich betrachtet würde ich lieber Rum trinken, als auf der Jacke rumkauen. Das ist einfach nur eine Betrachtungsweise. Gut, ich gebe mich geschlagen. Wollen wir sagen, dass wir einverstanden sind, ihm den Rum zu besorgen? Oder wollen wir rumbaldobern und sagen, äh, rumbaldobern? Ich überlege nur gerade, also ich gehe davon aus, da wir den Typen am Kiosk immer wieder hinterschicken konnten, dass wir da wahrscheinlich Rum besorgen müssten. Beim Kiosk, aber eher eine Kneipe, oder? Ach so, oder so, ja, das könnte doch auch sein. Ja, okay, ja, okay, klingt irgendwie sinnvoll. Ja, lassen wir, okay, sind wir einverstanden mit. Also wir könnten auch unverschämt sein und sagen, nee, nee, das ist aber mein, aber das wollen wir nicht. Okay, dann sagen wir, pass auf, ist okay, Mensch, wir besorgen dir Rum. Ne? Dann mal los, grinst der zufrieden. Bis später, mein Freund. Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt diese Jacke wollen, aber... Du, vielleicht haben wir einfach noch irgendwie so ein Käsebrötchen in der Jackentasche, in der Innentasche. Na gut, dann können wir noch mal, also jetzt noch mal nach dem Hut fragen. Das ist ja, das, warum nicht, ne? Hut. Dit is meine Melone, mein Bester. Wenn ich für die Leute auf der Klampfe spiele und a dude läuft, sammle ich da mein Geld drin. Und das können wir fragen, wenn es nicht gut läuft. Oh nee, viel interessanter, wo ist deine Gitarre, können wir fragen. Valider Punkt. Ja, zack, zack. Die hat leider vor ein paar Tagen das Zeitliche gesegnet. Ihr segnet, Entschuldigung. Ich habe eine Theorie. Wir sind eine Gitarre. Wir waren eine Gitarre. Ja, und die hat das Zeitliche gesegnet. Und wir sind doch auch tot, verstehst du? Und Melissa hat uns einfach, Melissa hat auf uns gespielt. Sie war Gitarristin? Sie hat nur mit uns gespielt, mit unserem Gefühl. Okay, also, ich muss los, können wir jetzt sagen? Ja, nee, frag mal. Du musst ja auch ein bisschen Eigenkritik. Okay, wir fragen. Und wenn es nicht gut läuft? Er bricht in schallendes Gelächter aus. Dann gibt es auch keinen Schnaps für den alten Theo. Siehst du, man muss auch mal über sich selber lachen können. Na gut, so, dann sagen wir jetzt mal Tschüssi, Theo. Und gehen uns umschauend wieder auf den Vorplatz. Genau. So, also, wenn ich das richtig sehe, brauchen wir jetzt Rum. Ja, wahrscheinlich aus der Kneipe. Aber wir brauchen vorher eine Zigarette, eine spezielle Zigarette für den Herrn Romero. Und der Johnny hat gesagt, der Dealer hat gesagt, da können wir Blumerde benutzen oder Ding. Hier die Krümel. Genau. So, super. Und jetzt ist es nämlich so. Hier sind wir ja schon mal gescheitert, ne? Mhm. Und jetzt müssen wir mal gucken. Genau, weil, wie war das denn? Also, wir müssen jetzt quasi, also nehmen wir Blumerde oder die Krümel aus dem Ofen. Also, eins von beiden müssen wir in die Zigaretten reinkriegen oder zum Beispiel in eine. Genau, genau. So. Ja, machen wir mal. Hier, benutze Zigarette mit Blumerde. Genau. Und das ist nämlich der Hinweis von dem Herrn, äh, lieben Matthias, der uns gesagt hat, ey, ihr müsst ihn benutzen. Weil wir hatten probiert, ähm, äh, also wir hatten alles probiert. Ziehe, drücke, äh, streiche, äh, schüttel, so. Benutze Zigarette. Ne, warte mal, aber wir müssen, warte mal, benutze Zigarette mit Blumerde. Er sagt, sowas kannst du hier nicht sehen. Ach ne, du musst vorher wahrscheinlich Nimm-Zigarette nehmen. Ah. Du hast die Zigarette bereits. Okay. Okay. Nimm. Ne, also wir wollen jetzt die Erde, aber warte mal, in der Zigarette ist ja was drin. Ne, also meistens, also ich kenne mich nicht so aus, ich bin Nichtraucher, aber meistens ist da ja so gefuselt drin. Mhm. Gekräusel. Mhm. Und das muss ja wahrscheinlich erstmal raus, oder? Weil, weiß ich jetzt nicht, oder? Also, guck mal, erklär mich auf, du kennst dich doch da besser aus. Krieg, wenn du jetzt eine Zigarette hast, kannst du da noch was reinstüpseln, äh, reinkriemen? Ja, unwahrscheinlich, oder? Naja, ne, die ist ja fest vor, äh, stopft. Da musst du was rausbröseln. Okay, pass auf, Nimm-Tabak. Ne, leere, mal sehen, leere Zigarette, geht sowas vielleicht? Ah, ne, also kann das nicht machen. Okay, gut. Ähm, okay, wir könnten vielleicht, ähm... Ne, hier, warte mal, benutzen wir das Stöckchen mit der Zigarette. Stöckchen, genau, das hatte ich nämlich auch eben, dass man das irgendwie so drückt. Mhm, mhm, mhm. Drück, Stöck, ne, Stock, pass auf, Stock, ja, in Zigarette. Aber er kennt ja auch mal Zigarette schon immer nicht. Ja, toll, jetzt sagt er, Zigarette ist weder ein Behälter noch eine Ablage. Ja, aber was ist, wenn du jetzt einfach mal, wenn du schon gesagt wurde, benutze, genau. Benutze Stock mit Zigarette oder so. Das geht auch nicht. Ne, du hast benutze Stock in Zigarette gemacht. Ah, 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 okay, okay, okay. Ah! Ja, kriegst du an. Jetzt, also benutze Stock mit Zigarette. So sieht's aus. Mit dem Stöckchen kratzt du den Tabak der Zigarette heraus, bis sie fast leer ist. Ah! Den Tabak steckst du lose in deine Tasche. Boah, die Taschen, ne, ekelhaft. Erst Blumenerde, dann das, bah! Stimmt, da ist ein ganzes Beet drin, nachher wächst deine Tabakpflanze draus. Ist auch nicht schlecht. Okay, also und jetzt, pass auf, pass auf, und jetzt mische... Ne, 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 benutze wieder, oder? Nein, 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 mische, mische... Ach so. Tabak... Tabak... Mit Blumenerde. Ach so. Ja, klar, nein, nein. Aber das ist ja schon gemischt in der Tasche. Aber er sagte... Das ist deine linke und deine rechte Tasche. Okay, dann benutze Tabak mit Blumenerde. Perfekt. Ne, das geht auch nicht. Ja, pass auf, benutze Zigarettenhülle wahrscheinlich. Das ist jetzt wahrscheinlich nur eine Hülle, oder? Warte, ich muss mal nachgucken. Ja, guck mal jetzt im Moment. Zigarettenhülse, siehst du? Hier wollen wir ganz genau das. Also benutze... Zigarettenhülse... Das ist eine Hülsenfrucht. Na ja, klar. Mit... Blumen... Weißt du was? Wir sind nett, wir tun die Krümel rein. Okay. Was meinst du, die Zigarettenhülse oder die Zigarette? Ja, ich habe Zigarettenhülse geschrieben. Ich meine offensichtlich die Zigarettenhülse. Muss ich das irgendwie großschreiben, oder was? Benutze Zigarettenhülse mit Krümel. Oh, das geht nicht. Gut, machen wir das andersrum. Benutze Krümel mit... Ja, oder leg oder steck. Oder, oder... Ich wette, es ist Hülse und nicht Zigarettenhülse. Wie bei dem Stöckchen. Ja, siehst du? Oh man. Benutze Krümel mit Hülse. Okay, du stopfst die Krümel aus dem Backofen in die Zigarettenhülse und deckst deine Konstruktion mit etwas Tabak aus deiner Hosentasche ab. Einmal automatisch, also. Nicht schlecht. Wer auch immer diese Zigarette rauchen wird, schmecken wird sie ihm nicht. Ja, aber jetzt mal eine Frage in den Raum. Schmecken Zigarettenhülse? Wir stehen draußen. Ja, also in den Raum der Welt. Ach so. Weltraum. Was war die Frage? Ja, Zigaretten schmecken doch so oder so nicht. Das ist wiederum eine Betrachtungsweise. Okay, stimmt. Wenn es Schokozigaretten sind, nehme ich mal ein Wort zurück. Aber die kannst du auch nicht anbrennen. Kannst du schon. Jo, das stimmt auch wieder. So, okay. Also und jetzt gehen wir nochmal zu unserem Herrn Lieblings Türsteher. Genau. Schau dich um. Nachnoden. So, und jetzt? Aber wir sind schon ganz schön weit in der Folge, ne? Ja, aber guck mal, Dix können wir ihm noch geben, oder? Ja, okay. Das wäre jetzt gemein, jetzt aufzuhören. Nee, Drogen können wir noch verticken. Also. Oh, das ist übrigens, wenn wir in unsere Tasche gucken, wird uns aufgelistet, dass wir jetzt eine eklige Spezialzigarette da haben. Stimmt, ne? Und die geben wir ihm jetzt. Gib eklige Spezialzigarette an Türsteher. Geht aber nicht. Toll. Gib eklige. Vielleicht tut's Spezialzigarette. Ohne das Wort eklige. Ich will aber die eklige ihm geben. Na gut, mal sehen. Ja, das funktioniert. Siehst du, du schreibst ja auch nicht finstert reinblickenden Türsteher. Sondern nur Türsteher. Stimmt. Du holst deine spezielle Mischung aus der Tasche und gibst sie dem Türsteher. Er zündet sie an und nimmt einen Tiefenzug. Alter, Hust. Was ist Hust? Das denn für eine Mischung, Hust? Keucht der Türsteher und haut sich selbst auf die Brust. Leertaste. Immer noch röchelnd verschwindet er hinter der nächsten Mauer und du hörst würgende Laute aus seiner Richtung. Immerhin, der Weg ist nun frei. Das war doch ein guter Stoff anscheinend. Hat zumindest gebracht, was wir wollten. Sehr schön. Na, das ist doch schon mal gut. Super. Dann wissen wir ja schon, was wir in der nächsten Folge machen werden. Und dann werden wir mal gucken, was die kleinen Schlinge in dieser Kneipe da machen. Da auf diesem Poster vorhin ja schon stand, dass es irgendwie so eine Philosophie-Vorlesung gibt. Ja, aber ist das heute? Ja, ich nehme mal an, dass die da alle mit Zwickel und Monockel drinsitzen und darüber debattieren, ob jetzt das Ich das jüngere Du ist. Nee, aber das ist ja das, was ich meine. Also das stand ja da vorhin, dass es irgendwie der 19. ist oder so. Ja. Das ist ja jetzt die Frage, ob das heute ist. Das wäre ja jetzt ein echter Zugang. Das werden wir, heute ist es im Fall nicht, es ist heute in einer Woche, denn dann werden wir erst in diese Tür gehen. Nee, in zwei Wochen. Ha, in zwei Wochen. Sorry. Nice try. Genau. Ja, müssen wir, also bleibt es spannend, ne, jetzt. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, Falk. Und wir hören uns in zwei Wochen, liebe Zuhörer. Und dann gucken wir mal, was hinter dieser Tür lümmelt. Eine Kneipe. Ach so, das wollte ich erst nächste Woche sagen. Was? Äh, übernächste Woche. Ah, ja. Ja. Tschüss. Ja, nee, ähm. Tschüss. Tschüss.